The Art is yours. Exclusive Collaboration. Ayo modus alter halt die fresse wixer wer bist du? Wo scheinbar stolzes Mitglied in dem Biggest Looser Werbe-Club. Deiner Spaß macht nicht auf harten Mann, dich findet keiner krass. Hier sind Freunde, die dir sagen, dass du das hier ziemlich scheiße machst. Sag mir, wen willst du mit deinen schwachen Leitierplätten? Halt da fick dich, du kannst gar nix außer massenweise fressen. Verpiss dich, du hast hier nix mit deinen pflegereifen Raps zu suchen. Du bist nur das Endprodukt von ekelhaften Sexversuchen. Ist wohl so, dass Modus nur ein wenig Mitleid braucht. Klar, die Wampel sieht schon nach ner ziemlich schweren Kindheit aus. Ayo modus ist der coolste in seinem Rap-Warschulverein. Und der muss ja frurch verstinken, denn der passt nicht in die Dusche rein. Du bist nur mal ne große Nummer, wenn du auf der Waage stehst. Ich weiß, dass deine Mom bis zu deinem Todestag die Target zählt. Lustig, dass du mich so krass an Hodor hier erinnerst. Alter, ich ruf einmal, hol de door und Modus wird behindert. Du bist ja mal wack. Zeit, die Plage loszuwerden. Erst switcht mit dem Pussy-Modus, wird mit tausend Tone sterben. Merk schon an der Paarung, dass ich Alex hier nicht haben will. Als ob sich irgendjemand irgendwo mal haben will. Wen juckt denn, wer deiner Meinung nach etwas verdiene? Warte, du bist doch der jemand, der den Rapper klaut, ihr Memes. Und es tut mir leid, dass schon jetzt ein Kopf vorbei ist. Erste Runde ATB und du bist raus wie peinlich. Dies sehr stor für uns in denen die Computer hierherunteriatebder. Tватoc went. Na util�ärsend. Glocken Runde STRZG. Imательно ist halt mit dem Dorb grave. Har dich mit deinem Ses, auf reg sometimes. Und am liebster auf. Untertitelung des ZDF, 2020